Ich bin zu meinem Beruf gekommen, weil ich mich von Jugend auf für Feinmechanik interessiert habe. Diese Feinmechanik ist wirklich so interessant, da versuchst du, diesen Beruf zu erlernen, was ich dann auch getan habe. Ich habe dann meine Lehre abgeschlossen und habe mich dann selbstständig gemacht. In Ansbach, Scheitberger Straße. In meinem Geschäft sind zurzeit beschäftigt ein Auszubildender im Uhrmacherhandwerk, ein Uhrmachergehilfen, der schon über 20 Jahre bei mir ist, eine Goldschmiedin, die ebenfalls schon 20 Jahre bei mir ist, im Laden meine Frau, zwei Verkäuferinnen und meine Tochter. Um meine Uhr zu reparieren, sind sehr, sehr viele Instrumente, Handwerkszeug erforderlich. Nicht wahr, ob es nun vom Schraubendreher, über Pinzetten, Lupen in verschiedenen Stärken, von der dreifachen bis zur zehnfachen Vergrößerung. Poliermaschinen, eine Drehbank, um Teile, die nicht mehr lieferbar sind für alte Uhren, von Hand in der Drehbank neu anzufertigen, um auch diese alten Damen, so bezeichne ich mal die Uhr, wieder zum Laufen zu bringen. Die Uhr erstaunte unumwunden, warum hat mich der Mensch erfunden? Ich war doch als sein Knicht gedacht, doch er hat mich zum Herrn gemacht. Mir ist das etwas schleierhaft. Fehlt ihm zum Herrn die Eigenschaft? Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020